Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed. Hallo. Hallo. Ja, heute ist es... Da hängen Christian und Tim im Skype-Gespräch mit Rümmen. Ja. Und machen Musik. Das gibt's gar nicht. Das ist so schlimm, ne? Deshalb fühlt euch abgelenkt. Abgelenkt. Wir hoffen, es klingt irgendwann halbwegs okay. Es klingt die ganze Zeit halbwegs okay. Macht euch dann... Finde ich gut. Wenn ich den Weg ein paar Priesen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Alter. Ich setze Kurs auf Tulum. Hier ist noch ein Piratenschiff. Ich glaube, ich muss dir mal helfen. Wo ist denn das Piratenschiff? Ah, da. Tut mir leid, Wenzel. Ich schaff's grad nicht, auf den Rumpf zu feuern. So, Nummer 1 versenkt. So, du bist gleich tot. Mein 1 hochgefeuert. Tut mir echt leid, Wenzel, wenn du das hier siehst. Äh, Christian. Weil Tim, die sagt ja immer Wenzel. Was auch nicht. Wenn wer was sieht. Wenn, wenn, äh, Christian. Der, der meint ja, ich soll auf den Rumpf, äh, auf den Rumpf von den Schiffen zielen. Nicht? Oh shit, ich hab ein Piratenschiff versenkt. Ach, ich hab Initiatives parallellaufen, glaub ich. Na und? Oh, retten, retten. Ich hör dich nicht. Äh, ja. Moment, ich muss unbedingt das Spiel viel leiser stellen. Einmal für Alex irgendwas singen und dann sind wir ran. Was denn? Keine Ahnung, was tun wir? So, tut mir leid. Die dürfen ja sein, Let's Player dürfen sich jedes Mal ein neues Lied wünschen. Machst eins von den vorhin, die waren auf jeden Fall gut. Was wird das? Ich erkenne es noch nicht. Retten, erbeuten. Und holen wir uns auch diesen jungen Mann hier oben. Ahaha. Nein, irgendwas, irgendwas, irgendwas mit Stil. Singt ihr endlich? Ich hab meine Crew gerade aufhören lassen zu singen. Wer erkennt, nein? Wer erkennt, nein? Das ist besser als morphine. Jeder weiß, wie fliegt. Es ist eine lange Zeit, 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 Your love is better than ice cream Than anything else that I've tried Your love is better than morphine Everyone knows how to fly It's a long way down It's a long way down It's a long way down to the place where we started from Wie gesagt, ich bin extrem neinsch auf euch. Ich erwarte Applaus. Applaus, 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 Applaus. Jetzt darf in jedem Musikvideo, in jedem Let's Play drunter stehen, welches Lied als nächstes gewinnt. Nein! Oh ja, da bin ich mal gespannt drauf. Das machst du dann mal, ja? Mit diesen Worten verabschieden wir uns für euch und machen weiter. Ich hab schon eine Idee, was es nächstes Mal gibt. Okay. Nee, komm. Ach du. Ich mach dann einfach... Oh ja! Ich mach dann einfach hier einen Schnitt und hier ist jetzt schon das nächste Let's Play. Mir egal. Aber ich weiß nicht, wie ich... Nein, nein, nein... Musik Tommi, hier kommt der Genuss Tim, ich glaube, du musst die Lieder beschriften Was für Lieder beschriften? Ja, unten in den Kommentaren von uns Ach so, okay Na gut, dann haben wir ja schon Ice Cream und Brandon Paarstuhlmusik Feuer! Oh, ich kenne einen Supermückel vorgesehen Moment, wie war das nochmal? Shit, ich habe es versenkt Ja, ja Hey, ich board Mach mal eins, das man zum boarden benutzt Gut machen kann Also zum gegnerischen Screw angreifen Zum was? Ich enterrat ein gegnerisches Schiff Oh Nee, warte, 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 warte Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte Ich habe es geschafft, zu spät Es ist zu spät Dann machen wir jetzt Wenn wir die Texte könnten, kämen das noch besser rüber Dann suchts gerade Ich habe genug zu tun Ich muss nämlich gerade Warte, wie weit muss ich fahren? Auf geht's Also ich muss gerade Ich muss gerade 1500 Meter fahren Also wenn euch das nicht zu weit ist Könnt ihr gerne durchgehend singen See Shanty Lyrics Lyrics Perfekt Jetzt muss Google nur leider wieder 10 Tage laden Ich weiß auch nicht wieso Und wie überbrücken wir das? Okay Ich bin wieder am entern Wieder am entern? Mhm Und geschafft! ... ... ... ... ... Oh Leute, es ist so merkwürdig mit dem Edward im Connor-Kostüm zu entern. Ja, das glaube ich. Wo siehst du das? Hast du eine E-Gitarre? Nein, das ist eine normale. Okay, weiter geht's. Mit den Chantys, bist du am Segeln? Ne, ich bin gerade auf Land gegangen und suche gerade einen Schatz. Ich gehe gleich... Warte, ich hole mir noch den Schatz. Ähm. Öffnen. Ja, warte, ich hole mir nur noch kurz den Schatz hier oben. Entschuldige, dass ich heute nicht so am Kommentieren bin, aber ich finde es irgendwie wichtiger... Wir machen das mit euch. Ja genau, euch zuzuhören, denn das ist so cool. Und keine Sorge, ich baue schon keine Scheiße. Ähm, ähm. Warte, ich bin fast an der Leiter hoch zum Schiff. Warte, warte, warte. Und... Käpt'n an Bord. Geht's los? Und warte, warte. Am Steuerruder. Gebt mir etwas warm. Go. Wir treffen uns! Ich hab mich versungen, wir machen das nochmal. Geht's los. Nein! Hm. Um dazu einen passenden Akkord zu spielen, einmal kurz... Oh ja. Boah. Noch 200 Meter schnell. Miss Sequenz 4. Nichts ist wahr. Mission starten. Gut, dann fangen wir nochmal an. Now we're ready to sail... Ich versuche mich jedes Mal. Warte, wie wär's, wenn wir erstmal... Now we're ready to sail for the horn. Way, hey, roll and go. Our boats are on clothes... Wieso? Wie geht das nicht? Our boats are on clothes, boys are on the pond. To be rolling, dandy, 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 row. Have a pull, oh, have a way. Way, hey, roll and go. The anchors are on board and the cables are stalled. To be rolling, dandy, dandy, row. Oh, man, the stalled captain. Ach, du Scheiße. Tim. Leave away, bullies, your Paris-Rick-Bums. Take your hands from your pockets and don't suck it. Ach, du Scheiße. Tim. Wir möchten kurz vorlesen, wie der Text ist. Ein Moment. Take away, bullies. Wir möchten kurz vorlesen, wie der Text ist, wie der Text ist, wie der Text ist, wie der Text ist, wie der Text ist. Wie der Text ist, wie der Text ist, wie der Text ist.